Moin Leute, willkommen zurück zu GTA San Andreas auf der Playstation 3. Das ist jetzt die zweite Folge. Beim letzten Mal sind wir so ein bisschen reingestartet in das Spiel, haben so ein bisschen Story gemacht, aber nicht allzu viel. Und jetzt, ja, und dann haben wir noch ein paar Nebenmissionen gemacht, ein paar Trophäen geholt, acht an der Zahl schon in der ersten Folge. Und mal gucken, wie viele es heute werden. Und ich hab mir überlegt, heute würde ich ganz gerne mal die Taxifahrten machen, damit wir die einfach schon fertig haben. Und hier ist es schon, Taxi. Das ist ja perfekt. Let's go. Such dir einen Fahrgast. Und, ja, wir machen das jetzt einfach mal. Ich werde versuchen, immer mal währenddessen hier und da mal ein paar Leute zu überfahren. Damit wir einfach mal ein bisschen... Warum rödelt das Taxi gerade so? Ich hab keine Ahnung, warum. Immer mal wieder werde ich ein paar Leute überfahren. Ich muss wahrscheinlich dann hin und wieder auch mal ins Paint Spray. Aber ich versuche halt, wie gesagt, immer nach und nach an dieser Trophäe zu arbeiten, wo man eben 4000 Leute killen muss insgesamt. Und das muss man... Da muss man frühzeitig mit anfangen, sonst... Hängt man da noch ewig lange nach dem... Nach der Story noch dran und muss das weitermachen. Ich werde jetzt nicht allzu sehr darauf achten, aber ich werde einfach hin und wieder mal ein paar Leute überfahren. Fertig. Überfahren, erschießen, was auch immer. Und am Ende werde ich dann mal gucken, wie viel uns da noch fehlt. Aber ich will jetzt nicht den Fokus sonderlich krass drauf legen, aber ein bisschen dran denken schon. Zack, zack. Und wenn man hin und wieder mal eine Person überfährt, ist das ja auch kein Problem. Ist halt nur blöd für den Zustand des Taxis. Das ist halt so eine Sache, aber ansonsten alles cool. Das wird übrigens auch die letzte R3-Mission sein, die wir jetzt hier auf der ersten Insel machen werden. Also in der ersten Stadt hier in Los Santos. Alles andere werden wir dann später machen. Und mal gucken, wie lange ich jetzt überhaupt dafür brauchen werde. Also das ist jetzt auch nochmal so eine Frage. Also die Taxi-Missionen sind so ein bisschen unberechenbar. Je nachdem, wie weit man fahren muss, hat man eben... Braucht man da länger für oder eben weniger lang? Ich hoffe mal, dass mich das Spiel halbwegs gnädig behandelt und ich jetzt hier nicht anderthalb Stunden dran hängen werde. Vielleicht ja sogar unter einer Stunde. Dann hätten wir ja vielleicht sogar noch Zeit, weiß ich nicht, die BMX-Challenge nochmal zu probieren. Weil irgendwie, das wurmt mich, dass ich das in der letzten Folge gefailt habe. Hat auch im Endeffekt ein Trophäe gegeben. Also in dem Sinne hat das auch was gebracht und es hat auch den Ratzkill trainiert. Aber ansonsten... Äh, Leute. Was ist hier los? Okay, danke fürs Weg freimachen. Danke. Äh. Hilfe, Mann. Was ist hier los? Here we go again, Leute. Los Santos hat sich kein bisschen verändert, seit ich es das letzte Mal gespielt habe. Auch wenn es ewig her ist, Definitive Edition und so, ewig her. Jaja, merkst du selber, ne? Ich weiß gar nicht, wie lange ist das jetzt her? Vier Monate? Drei, vier Monate? Es ist echt nicht lange her. Aber ich habe jetzt hier halt die... Die... Die PS3-Fassung... Ich habe die halt hier schon eine Zeit lang liegen und... Ich konnte einfach nicht widerstehen. Ich musste jetzt einfach anfangen damit. Und ich bereue es zu keiner Sekunde. Es kann natürlich den einen oder anderen von euch geben, der jetzt sagt, äh, äh, wieder San Andreas. Wird das nicht langsam langweilig? Aber ich kann dann nur sagen, nein, wird es nicht. Vor allem nicht, wenn es andere Trophäenaufgaben sind als zuvor. Das macht sowas von spannend für mich. Und dann gibt es ja auch noch die PS5-Definitive Edition. Und da werde ich ja dann... Das werde ich ja dann streamen. Wahrscheinlich aber erst nächstes Jahr, weil mir das aktuell körperlich nicht... Jo, hundertprozentig gut geht. Deswegen bin ich jetzt auch gerade nicht bereit, irgendwas mit Facecam über einen längeren Zeitraum zu machen. Deswegen kommt mir das Projekt hier auch gerade echt gelegen. Es ist etwas, was ich kenne. Da muss ich nicht viel drüber nachdenken. Es ist einfach ein Wohlfühl-Game für mich, weil ich mich auskenne halbwegs in dem Spiel. Und ich mache das ohne Facecam einfach, weil ich hier auch keinen Mehrwert sehe in der Facecam. Hier bei sowas. Außerdem möchte ich, dass ihr diese PS3-Version in vollem Umfang einfach sehen könnt. Hier ist auch ein Paint Spray. Sollte ich vielleicht mal nutzen? Let's go, let's go. Uäh, ist sie gestorben? Tot. Das wird einen Stern geben. Oh, direkt davor. Perfekt. Ha, kann's mit rein. Kann's mit umgesprayt werden. Ist sie weg? Ne, sie chillt auf meiner Modehaube. Das ist Carsurfing. Also ihr kennt vielleicht die Leute, die Trainsurfen. Das ist Carsurfing. Das ist der neueste Trend hier in Amerika. Das ist der neueste Schrei. Wird noch ein paar Monate dauern, bis das hier nach Deutschland zu uns rüberschwappt. So, das heißt heute wieder ein bisschen weiter Geld verdienen. Also 50k haben wir schon mal nach der ersten Folge. Ich meine, es sind längere Folgen jetzt, aber finde ich schon beachtlich eigentlich. Und wir haben auch schon fast alle Trophäen geholt, die man so nebenbei holen kann hier. Also man kann natürlich hier auch noch die Krankenwagenmission hier machen. Man kann auch. Was kann man noch machen? Man könnte jetzt auch die Bürgerwehrmission hier machen. Aber ich habe die Bürgerwehrmission einmal mit dem Polizeimotorrad gemacht und das reicht mir. Das werde ich nie wieder so machen. Wahrscheinlich nie wieder so machen. Also ich habe da echt kein Bedürfnis. Das irgendwie nochmal so zu machen. Shit, ich wollte dich eigentlich überfahren, aber hast du nochmal Glück gehabt. Wo muss ich denn jetzt hier eigentlich hin? Klatsch. Wieder ein Kill mehr für den Counter. Wieder ein Kill mehr für den Counter. Also wer Bock hat, kann natürlich mal das ganze Projekt lang einfach mitzählen, wie viele Kills ich hier mache. Er hat aber keiner Bock drauf, das weiß ich. Und das kann ich auch vollkommen verstehen. Wir werden einfach hin und wieder mal in die Statistik gucken. Und dann werden wir ja sehen, wie viele Kills das insgesamt sind und so. Übrigens ist das hier wahrscheinlich der maximal beschissenste Spot, den man überhaupt haben kann. Also der ist ja sowas von Kacke. Okay. Und was soll denn das dahin denn? Oh Leute. Wollt ihr mich verarschen? Klatsch. Klatsch. Sag ein. Ich habe einen Stern. Der meinen Namen trägt alle Zeit und überlebt. Ich höre schon auf. So, jetzt haben wir einen Stern, aber das ist ja gar kein Problem, Leute. Das ist ja alles in Ordnung. Wir sind gerade mal sieben Minuten in der Folge und es läuft einfach. Wir haben schon fünf Fahrten, was okay ist. Geht natürlich mehr, aber ich nutze die Zeit einfach, um alle Leute zu überfahren. Um zu brezeln. Jetzt hätte ich eigentlich da unten auch mal ins Paint Spray fahren können, ne? Machen wir das doch, glaube ich, nochmal. Komm, wir haben die Zeit. Wir können hier einfach Leute plattfahren. Und scheiß auf die Sterne, weil die sowieso gleich wieder weg sind. Wen interessieren jetzt die Sterne? Wir fahren jetzt in Spain Spray und es ist alles gut. Komm, weil ich es nochmal kann hier. Zwei Sterne. Eine Taxi-Mission. Hatte ich auch noch nie. Alter, es ist geil. Also mal, Leute. Leute, entspannt euch mal ein bisschen. Meine Güter, ey, also bitte. Das ist eine Trophäe. Was soll ich denn machen? Das ist meine Aufgabe. Ich meine, dadurch, dass ich das mache, wird natürlich jetzt die Taxi-Mission, also die 50 Fahrten, ein bisschen länger dauern. Aber es ist eine schöne Kombination aus beiden Dingen. Jetzt wird da vielleicht auch später noch der Hunger einsetzen. Das ist auch so ein Ding. Aber ich habe ja vorhin gesporen. Das war knapp. Sonst hätte ich meine zwei Sterne wieder gehabt. Das hätte auch ins Auge gehen können. Ich meine, auch mit zwei Sternen kann man das machen. Aber, ja. Muss ja nicht unbedingt sein, dass man jetzt hier die ganze Zeit mit zwei Sternen rumfährt. Einer ist okay. Bei einem Stern sage ich auch nichts. Ein Stern geht ja auch wieder weg. Hi, Officer. Und wenn sie mich verhaften, dann verhaften sie mich halt. Das ist das Entspannte. Ich brauche auch Verhaftung für eine Trophäe. Also es ist alles, alles irgendwie, alles macht irgendwie Sinn hier in diesem Run. Egal was passiert. Auch wenn man es, jedes Missgeschick kann man irgendwie als Fortschritt dazu zählen. Das ist voll, voll spannend. Hier ist dieser Feuerwehrwagen. Da haben wir in der letzten Folge auch die Feuerwehrmission gemacht. Auch wenn ich einen kleinen R3-Fail hatte. Ist mir so auch noch nie passiert, glaube ich. Aber, naja. Es gibt für alles ein erstes Mal. So, das war jetzt eine ultralange Fahrt. Also, gibt es hier gar keinen Zeitbonus? Hi. Lexi. Und das ist ein Drugdealer. Das ist Drug Money. Aber das Drug Money wird jetzt erstmal in seiner Hosentasche bleiben. Ich muss mich hier konzentrieren. Ich muss die Fahrt machen. Ich muss Leute umfahren. Ich muss... Ich muss Leute umfahren und ich muss sie umfahren. Das ist halt irgendwie... Irgendwie auch wahr, ne? Beides so ein bisschen. Aber 4000 Kills. Ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben, Rockstar. Was habt ihr euch dabei gedacht? 4000 Kills? Ich meine, gut, man killt ja einige Leute im Laufe der Story. Man macht die Bürgerwehrmission, wo man auch sehr viele Leute killt. Aber 4000? Können wir mal aufhören auszuweichen? Triple Kill. Wenn das keinen Stern gibt, weiß ich ja auch. Es gibt keinen Stern. Was? Jetzt aber. Auch nicht. Wie sieht das Auto noch aus? Gut, oder? Halbwegs in Ordnung noch. Und da vorne ist schon wieder ein Pain Spray. Könnte man also auch wieder kombinieren ein bisschen? Hey! Der ist nicht tot, glaube ich. Ich habe ihn nur überfahren, aber nicht getötet. Das ist, äh... Ne, ich fahre jetzt nicht so einen mega Umweg, um ins Pain Spray zu kommen. Wir werden noch Gelegenheiten haben, das zu reparieren. Aus dem Weg! Ich will ja, ich sprecke in Deutsch. Will ich, will ich die Trophäe haben. So heißt die Trophäe übrigens, für die 50 Taxifahrten. Denn ich habe es in der letzten Folge auch schon erwähnt, wir brauchen die 100% Wertung ja nicht. Für die Platin-Trophäe, was mega merkwürdig ist, weil... Diese 100% Wertung ist doch in einem GTA-Spiel mit Trophäen prädestiniert. Einfach eben auch eine Trophäe zu sein, aber... Die haben sich irgendwie gedacht, so nö, der Spieler muss mal keine 100% holen zur Abwechslung. Ist auch mal ganz nett, so für mich jetzt, weil ich halt schon genug Runs auf 100% gemacht habe. Deswegen, ich beschwere mich jetzt nicht, aber ich finde es irgendwie ein bisschen merkwürdig. Auf jeden Fall mal merkwürdig. Also es ist auf jeden Fall ganz merkwürdig, was sie sich dabei gedacht haben. Ich meine, gut, ich freue mich, dass ich nicht die Sachen sammeln muss. Ich freue mich einfach, dass ich jetzt hier nicht wieder diese ganzen Sachen nochmal sammeln muss. Wenn das so gewesen wäre, dass man das hätte machen müssen, dann wäre jetzt auch nicht zu dem Zeitpunkt hier dieses Projekt gekommen. Also das ist auch so eine Sache. Das hat auch auf jeden Fall dazu beigetragen, dass es jetzt so früh kommt, weil es eben nicht die 100% beinhaltet und ich das einfach total entspannt finde. Also ich hatte an sich nach der Definitive Edition immer noch Bock auf San Andreas, aber eben nicht mehr auf diese ganzen Sammelgeschichten. Und jetzt hast du halt dann nur einmal die 30 Import-Export-Fahrzeuge. Und da wir die 100% nicht holen müssen, können wir uns auch so Sachen sparen, wie zum Beispiel den Casino Heist, den werden wir nicht machen. Und auch die Zero-Mission werden wir nicht machen. Das sind so diese beiden Sachen, die wir nicht tun werden, weil es nicht erforderlich ist und deswegen werde ich es auch nicht machen. Ich will einfach schauen, wie schnell kann man die Platin holen als normaler, durchschnittlicher Spieler, wenn man sich wirklich nur darauf konzentriert. Mit halt normalen Fates, die man eben mal so ein bisschen hat. Und irgendwann werde ich auch diese Challenge einmal schaffen, die BMX-Challenge. Aber ich muss mir da echt Gedanken machen, diese eine Ring da oben auf der Rampe, wo man da wirklich oben landen muss, das ist wirklich, wirklich nervig. Aber zur Not muss ich mir da wirklich erst den maximalen Rad-Skill antrainieren. Also zur Not, ja, muss das halt wirklich so gemacht werden. Das ist jetzt wirklich perfekt, da muss ich rein. Da muss ich jetzt rein. Das ist ja jetzt wirklich... Das... Da muss ich ja jetzt rein. Also das ist ja jetzt... Wäre ja super dumm, wenn ich das nicht nutzen würde jetzt. Das wäre jetzt mega dumm, oder? So, jetzt muss ich mich für ein paar Sekunden zumindest noch mal ein bisschen beruhigen. Auch wenn ich jetzt gerade das wirklich... ...verinnerlicht habe, dass ich Leute überfahren muss. Ein bisschen den Einsteller noch mal ein bisschen hier. Aber es war ja jetzt in erster Linie, um hier mein Fahrzeug zu reparieren. Also das war jetzt der eigentliche Grund. Dort. Ach shit, das hätte ich auch noch schaffen können. Aber es könnten Passagiere werden, die fahre ich noch nicht über. Zehn Serienbonus, yay! Oh, das ist doch... Ich muss da reinbrezeln jetzt. Komm rein! Bist du nicht? Jeffro oder Dwayne? Auf jeden Fall sein Skin. Du, 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 du. So, bitte keine zwei Sterne bekommen. Wenn ich einen Stern habe, fahre ich auch keiner Leute mehr über für eine gewisse Zeit. Aber von der Helligkeit, ich habe jetzt euer Feedback leider noch nicht lesen können. Aber ich denke, von der Helligkeit sieht das doch schon mal ganz annehmbar aus. Oder 20 Uhr, es ist jetzt halbwegs... Es ist schon ein bisschen dunkler, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es mega dunkel ist. Also ich hatte ja schon richtig Angst. Ich habe ja schon Dinge über die PS3-Version gelesen, dass die mega dunkel sein soll und so. Finde ich jetzt aber erstmal gar nicht mal so schlimm. Ich meine, ich habe auch 80% Helligkeit. Das ist natürlich auch so ein Punkt. Also ich könnte natürlich noch auf 100 ballern. Aber dann ist es natürlich tagsüber vielleicht schon wieder zu hell. Ich muss das mal wirklich in der Nacht so ein bisschen beobachten. Wenn mir die Nacht aber viel zu dunkel ist, dann werde ich das in Kauf nehmen, dass es tagsüber vielleicht ein bisschen zu hell aussieht. Wieso weiche ich gerade so vielen Leuten aus? Das gefällt mir nicht. Double Kill. Für so einen weiten Weg nur 22 Dollar, Mann, bist du ein Geizkragen, ey. Hi. Komm rein. Steigt doch einfach ein, Mann. Ich habe zwar gesagt, die Folgen werden immer so um die eine Stunde Marke herum sein, aber wenn es solche Nebengeschichten sind, wie zum Beispiel Taxifahrten und das übersteigt jetzt die Stunde, werde ich auf jeden Fall nicht das in eine weitere Folge mit reinnehmen. Das wird jetzt hier heute genauso abgeschlossen. Und im Optimalfall natürlich am Stück. Wieder zwei gekillt. Das läuft besser als gedacht mit diesem Killing. Das habe ich mir schon vor dem Start des Projektes so ein bisschen überlegt, dass man das ja so machen könnte. Finde ich einfach mega geil, dass das jetzt so genauso funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Bitte nicht mich umfahren. Also umfahren, bitte nicht anfahren. Ich weiß aber auch nicht, was das, warum das X die ganze Zeit da im Bild sein muss. Also man kann dem Spieler doch einmalig erklären, wie er die Mission abzubrechen hat. Ja, das ist halt typisch. Das sieht halt wirklich aus. Ich glaube, das ist wirklich die mobile Version, oder? Weil es würde ja Sinn machen, weil das sowas auf dem Touchscreen dann ist, um dann, dann könnte man da drauf drücken. Und jetzt haben sie da halt einfach R3 rechts unten in die Ecke gepackt. Oder nicht in die Ecke, ist ja ein Kreis, aber rechts unten halt. Haben sie noch ein R3 hingeklatscht. Und dann haben sie es einfach so übernommen, das Interface. Das wäre jetzt für mich die Erklärung, warum das so aussieht, wie es aussieht. Hm. Es ist gut von der Helligkeit. Auch auf der Vorschau sieht das wirklich gut aus. Aber gebt gerne euer Feedback in den Kommentaren ab. Das hilft mir echt immer weiter. Aber letztendlich ist das, glaube ich, schon mal kein Beinbruch, wie es gerade aussieht. Hm. Ich will mein Auto maximal beschädigen, wenn ich hier Leute umfahre. Ah. Ah, gut ausgeben. Da muss man ja zumindest mal Props geben für den Ausweicher. Aber das Gute ist, hier gibt es auch keine äh, äh, Trophäe. Du musst jetzt 24 Minuten hier, äh, fehlerfrei fahren und keine Verbrechen begehen. Das gibt's ja auch nicht. Glaube ich zumindest. Stimmt, es gibt noch eine Trophäe. Da muss man jemanden unbemerkt ausschalten. Aber das machen wir dann später in der Mad Dog Mission. Da ist das ja... Das wird einem ja quasi... Also man muss ja eigentlich quasi nur das machen, was einem da gesagt wird. So, jetzt wird's dunkel. Jetzt bin ich mal richtig gespannt, wie das aussieht. Sieht aber soweit auch noch okay aus. Und es soll ja auch ein bisschen nach Nacht aussehen. Man will ja auch ein bisschen das Feeling hier in Los Santos haben, dass es Nacht ist. Das soll ja auch nicht komplett kaputt sein. Da hab ich's vielleicht in der Vergangenheit in meinen Projekten auch manchmal ein bisschen übertrieben mit der Helligkeit, dass ich da... Dass da einfach kein Feeling mehr aufkam, weil's immer gleich aussah. Und das ist ja hier... San Andreas ist ja atmosphärisch natürlich ein Top-Spiel und macht da einfach vieles richtig. Und das ist der 15-Serien-Bonus nach 19 Minuten. Ich kann jetzt aktuell noch nicht viel anfangen mit dieser Zahl. Aber 20, das ist ungefähr... Bei der Hälfte gucken wir mal. Sag mal... Noch besser verstecken kannst du dich auch nicht, ne? Das ist hier nicht hide and seek. Das ist hier einfach nur... Ich will mit dem Taxi... Fahren. Also stell dich doch am besten mal an den Straßen ran. Wie wär's denn damit? Roll ein. So, hier sind auch schon einige Let's Player in der Vergangenheit gescheitert an dieser Stelle. Da ein bisschen vorsichtig sein. So, es ist gerade auch schon 18.40 Uhr. Ich muss auch gleich mal gucken, dass ich auf jeden Fall zumindest noch mal ein Video heute... hochlade. Aber jetzt bin ich ja gerade halt... Ich habe gerade dieses neue Projekt angefangen und wenn ich neues Projekt starte, dann will ich das erstmal ein bisschen aufnehmen. Aber das wird auch die letzte Folge heute sein und auch die letzte für dieses Wochenende auch und... Dann werde ich wahrscheinlich erst nächstes Wochenende wieder aufnehmen. Und dann ist die Frage, wann dieses Projekt dann kommen wird. Das muss ich dann noch sehen. Ey, wieder hat sich einer versteckt da hinten. Sag mal... Sag mal... Man muss natürlich die Passagiere auch nicht... Also die Patienten... Ne, Passagiere ist schon richtig. Auch nicht mitnehmen. Also die Fahrgäste. Man kann ja auch weiterfahren, dann bekommt man irgendwann auch einen neuen angezeigt, aber... Aber ne. Ich will die schon nehmen, wie sie angezeigt werden. Ich trinke jetzt gerade mal einen Schluck übrigens. So, ist auch mal wichtig. Vergesse ich ganz oft einfach, während ich labere und labere und labere und dann wundere ich mich nach der Aufnahme, warum mein Mund so trocken ist. Ja, ist doch klar, wenn du die ganze Zeit durchgehend laberst. Ohne Unterbrechung. Dann braucht man sich doch nicht wundern. Jetzt gibt es hier die absolute Zerstörung. He, he, he. Da bret sie sich auch noch rein da vorne. Boom. Immer noch nur ein Stern. Es macht gerade echt Spaß, diese Kombination aus. Ich mache Taxifahrten und ich töte einfach die ganze Zeit Leute. Also nicht, dass mir das so unglaublich Spaß macht, die unschuldigen Passanten hier zu killen, aber einfach für die Trophäe einfach zu arbeiten. Das irgendwie parallel ein bisschen zu machen. Da dachte ich mir am Anfang, vor dem Start des Projektes schon, das wäre eigentlich eine ziemlich gute Idee. Also vielleicht gibt es auch noch eine bessere Methode. Natürlich gibt es bessere Methoden. Aber es einfach nebenbei so ein bisschen zu machen. Das ist cool. Und das werde ich im Laufe des Projektes immer mal machen. Ich werde immer mal wieder Leute überfahren. Immer mal, wenn eine Gelegenheit gerade ist und es nicht so schlimm ist, einen Stern zu bekommen, werde ich es einfach machen. Jetzt werde ich es auf jeden Fall nicht machen, weil der Kopf da in der Nähe ist. Da habe ich keinen Bock drauf gerade. Aber hier, den kann ich zum Beispiel mitnehmen. Laufen hier eigentlich auch Leute rum, oder ist das hier immer... Ich glaube, hier laufen keine Leute rum. Oh, da muss ich da hinten... Es ist nichts Persönliches. Nur rein geschäftlich. Rein geschäftlich. Trophäen geschäftlich. Hallo? Wo willst du hin? Andale! Also das könnte vielleicht mit der Stunde perfekt aufgehen, aber ich weiß es noch nicht. Aber wenn es schon länger ist, ist es halt so. Liegt auch ein bisschen daran, dass ich Leute überfahre die ganze Zeit und ins Paint Spray fahren muss deshalb, weil mein Auto die ganze Zeit dadurch beschädigt wird. Also ja, ist schon klar, dass es vielleicht länger dauert. Muss ich jetzt hier hoch? Ich fahre mal hier hoch, oder? War das jetzt eine gute Idee? Oh, boah, das. Payback-Time für das Drive-By in Folge 1. Oh, das wird mir... Das gibt einen Stern. Auch nicht? Ey, das ist manchmal so merkwürdig. Dieser Sterne-Algorithmus... Wann bekommt man Sterne, wann nicht? Ist aber... Ich beschwere mich nicht, wenn ich keine bekomme. Jetzt kriege ich einen oder so. Räuchert die Karre schon? Ich meine, selbst wenn sie jetzt räuchert, ist das kein Problem. Ich habe so viel Zeit. Mittlerweile auch Öhmchen. Komm. Die Tür ist schon offen für dich. Und sie setzt sich trotzdem hinten hin. Also, man kann es den alten Leuten auch nicht immer recht machen. Das ist halt einfach so. Das ist halt manchmal schwierig, ein bisschen. Aber wir geben uns ja Mühe. So, die 19. Fahrt ist das. Von 50. Also, man muss ja eigentlich fast schon Danke an Rockstar aussprechen, dass sie hier nur 50 gemacht haben. Im Gegensatz zu den anderen Teilen, wo man 100 machen musste. Sie sind den Spielern ja schon so ein bisschen entgegengekommen. Weil sie vielleicht selber so ein bisschen gemerkt haben, ja, 100 war jetzt vielleicht nicht das Beste. Dann sind sie aber in den anderen Teilen wieder auf 100 hochgegangen. In den Stories-Teilen. Ah, ist so ein bisschen. Oh, es kommt. Oh, stimmt. Hier gibt es ja auch noch. Oh, die Mission kommt ja auch noch. Die Dance-Mission bei OG Loke. Boah, da freue ich mich gar nicht drauf. Da gibt es übrigens auch einen interessanten Shortcut, wie man sich dieses Tanzen komplett sparen kann. Wenn ich dran denke und wenn ich Bock habe in dem Moment, werde ich das vielleicht auch mal ausprobieren. Also möglicherweise. Gleich mache ich das. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Vielleicht mache ich das mal. Also ich will es, vielleicht probiere ich es zumindest mal aus. Ob es dann klappt, ist die Frage. Ich habe es schon mal ausprobiert. Damals hat nicht geklappt. Aber vielleicht klappt es ja an dieser Version. Das wäre echt cool, wenn das ginge. Also ich habe ja gesagt, ich will die Dinge mal ein bisschen anders angehen hier. Jetzt muss ich wahrscheinlich wieder da hinten hin, oder? Ja. So, Öhmchen, du hast... Deine Zeit ist sowieso fast abgelaufen. Deswegen... Ich bring es mal hin. Zu Ende für dich. Spaß. War doch nur ein kleiner Scherz hier am Rande. Man darf auch sowieso 90% von dem, was ich von mir gebe, darf man sowieso nicht ernst nehmen. Weil ich halt auch generell die wenigsten Sachen überhaupt im Leben irgendwie ernst nehme. Es ist eigentlich... Das meiste ist einfach nur ein großes Spiel. Es gibt ein paar ernste Dinge, aber man sollte auch nicht alles immer allzu ernst nehmen. Also wenn man alles immer nur zu ernst nimmt, dann ist das Leben auch irgendwie ein bisschen... Bisschen öde und dann hat man nur Sorgen und so und das ist absolut nicht meins. Ich meine, ich könnte jetzt aktuell auch Sorgen haben, eigentlich weil es mir körperlich, wie gesagt, nicht so gut geht. Und ich nicht ganz genau weiß, woran das liegt. Und ich habe jetzt erst in zweieinhalb Wochen einen Termin zum Blutabnehmen und dann wird man sehen, was es dann genau ist. Und das ist halt die Sache. Natürlich könnte ich jetzt besorgt sein, aber ich denke mir einfach nur so, ich nehme das, wie es kommt und es geht so oder so weiter. Daher wird es schon. Also falls euch das interessiert, ich habe jetzt aktuell so ein bisschen... Ich habe so ein Erschöpfungsgefühl in den Armen und Beinen und ja, die Muskeln fühlen sich immer so an, als wären sie immer die ganze Zeit so... Ja, erschöpft und... Und auch irgendwie... Ja, jetzt hätte ich nur die Hälfte meiner Kraft aktuell in den Armen und Beinen und das ist ein bisschen... Das ist ein bisschen nervig, das Ganze. Und ich hoffe mal, dass es einfach nur ein Nährstoffmangel ist, den ich jetzt... Der dann durch die Blutuntersuchung dann ans Tageslicht kommt und ich dann weiß, okay, das und das muss ich dann in Zukunft zu mir nehmen, damit das dann eben weggeht. Das wäre natürlich das Optimum. Es könnte aber auch irgendeine Muskelerkrankung sein oder sowas. Das wäre natürlich jetzt nicht so geil, aber das wird man dann sehen. Ich werde euch da vielleicht auf dem Laufenden halten. Wenn mir danach ist, werde ich euch das vielleicht erzählen, was dabei rausgekommen ist. Mal schauen. Nur ist es halt im Moment ein bisschen nervig und das ist auch der Grund, warum ich dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr streamen werde, weil ich das einfach jetzt... Im Moment nicht so packe, so lange eben vor der Kamera zu stehen. Das schaffe ich im Moment einfach nicht. Und das ist beim Stream ja unerlässlich eigentlich. Ich könnte natürlich auch ohne Cam streamen, aber das ist irgendwie... Weiß ich nicht. Es fühlt sich fast schon falsch an. Es gibt natürlich auch genügend Streamer, die das ohne Kamera machen und das ist auch völlig in Ordnung. Aber für jemanden wie mich, der sich sowieso schon gezeigt hat und der damit auch kein Problem mehr hat, Ich würde schon gerne dann auch eine Facecam haben beim Streamen. Deswegen wird es dieses Jahr wahrscheinlich kein Stream mehr geben und deswegen wird dieses Jahr wahrscheinlich auch kein GTA 4 mehr starten. Kein GTA 4 Platinum Run. Hatte ich eigentlich schon fest eingeplant, dass ich das so machen möchte. Aber jetzt gibt es halt kein GTA 4, jetzt gibt es stattdessen das hier. Das kann ich schön entspannt machen, wann immer ich möchte. Ohne Facecam. Und das ist für mich gerade einfach das Beste. Ich kann auch nicht so viel am Stück aufnehmen mehr. Das wird jetzt auch die letzte Folge sein für heute. Also, ich muss im Moment ein bisschen gucken, dass ich meine Muskeln nicht zu sehr belaste, weil es sonst einfach, das ist einfach so diese Nachwirkung, diese... Das fühlt sich so an wie so ein permanenter Muskelkater einfach. Und das, obwohl ich nichts gemacht habe, was irgendwie anstrengend war. Und wenn ich dann zusätzlich noch Dinge tue, die dann anstrengend sind, dann, ja, merke ich das danach dann erst recht. Aber leider ist halt der Blutabnehm-Termin erst in zweieinhalb Wochen. Deswegen muss ich jetzt bis dahin irgendwie durchhalten. Was auch nicht ganz so einfach ist, weil ab nächster Woche, Donnerstag, ist mein Kollege im Urlaub. Das heißt, ich bin wieder alleine in meiner Abteilung für sieben Tage. Und da muss ich wieder viel tun, viel rennen, viel laufen, viel gucken. Und das ist im Moment in meinem aktuellen Zustand alles andere als schön. Aber ich muss irgendwie durchhalten. Weil ich weiß, dass er jemand ist, wenn er wissen würde, ich wäre krank. Und ich würde zu Hause bleiben, dann würde er wahrscheinlich seinen Urlaub annullieren oder sowas. Und würde dann halt arbeiten. Und das will ich möglichst verhindern, dass er das nicht machen muss. Weil dann würde ich mich wieder schlecht fühlen. Dass ich ihn da quasi zu genötigt habe, dass er wieder zurückkommen muss jetzt in seinem Urlaub. Deswegen versuche ich einfach, das im Moment so wenig wie möglich zu belasten. Ja, ich hätte auch gestern eigentlich was aufnehmen können. Aber gestern habe ich mich zum Beispiel wieder nicht so wirklich in der Lage gefühlt aufzunehmen. Da hat das wieder... Also ich würde nicht sagen wehgetan. Das ist auch nicht richtig. Es tut nicht weh. Es ist kein Schmerz, den ich empfinde. Es ist einfach nur ein unwohles Gefühl in den Armen und Beinen. Und ich weiß manchmal gar nicht, wo ich meine Arme hinlegen soll. Weil die sich so erschöpft anfühlen. Diese Todesschrei immer von denen. So, wo ist der nächste? Oder die nächste? So, niemanden jetzt umfahren bitte. Das ist jetzt hier gerade nicht gut. Sag ein, vielleicht kommen die Cops gleich. Boah, ich dachte, der kommt ein Cop. Glen Park. Ja, was gibt es sonst noch so für Trophäen? Wir können ja ein bisschen über Trophäen noch reden. Wir müssen, wie gesagt, ein Unbemerkt ausschalten. Das machen wir in der Mad Dog Mission. Es gibt noch eine Trophäe für... Äh, was gab es denn noch? Diese... Mh, gerade hatte ich es. Gerade hatte ich es in Gedanken. Ich hatte es gerade im Kopf gehabt, was ich da... Was war das denn noch? Achso, wir müssen den Maximaleinsatz an irgendeinem Tisch im Casino wetten und dann gewinnen. Das ist ja eine Trophäe, die gab es aber auch schon in der... Oder die gab es dann eben auch in der Definitive Edition. Das ist also nichts Neues. Dann, wie gesagt, ein Triathlon. Und halt noch diese ganzen versteckten Trophäen, wo ich jetzt aber noch nicht nachgeschaut habe, weil... Das ist jetzt einfach noch nicht dran. Ja, den Kopf will ich jetzt nicht unbedingt überfahren. Und ich will aber irgendwie, dass ich ihn überfahre. Also er hatte gerade richtig Bock zu sterben, der Kerl. Wieso hat man so viele Schnapszahlen eigentlich? Warum hat man so viele Schnapszahlen hier? Das ist nicht das erste Mal, dass ich irgendwie 77 Dollar bekomme oder 33 oder 22 oder so. Hallo, kommst du rein? Das ist, by the way, die 25. Fahrt. Also ungefähr die Hälfte nach 32, nach 33, sagen wir mal 34 Minuten. Ja, wir werden ein bisschen über die Stunde Marke gehen. Ist aber vollkommen okay. Hat sie es überlebt? Achso, ich habe auch noch eine Sache vergessen, die ich ansprechen wollte. Diese Version, diese physische PS3-Version, die ist uncut. Also sollte zumindest uncut sein, weil es eben auch die USK-18-Freigabe bekommen hat. Und die ganz alte PS2-Version, die hat die USK-16-Freigabe gehabt. Das heißt, wenn das jetzt, ist ja eigentlich nur ein Port, würde ich sagen. Vielleicht ein bisschen aufgehübscht, keine Ahnung. Aber dann, wenn das so wirklich so die Cut-Version gewesen wäre, dann wäre das auf jeden Fall die USK-16-Freigabe gewesen. Ist es aber nicht, deswegen muss es eigentlich die Uncut-Fassung sein. Habe ich jetzt aber noch nicht getestet, wenn ich ehrlich bin. Und ich habe mich da auch nicht wirklich informiert, aber sollte zumindest so sein. Weil auch 2015 kam es ja raus und da war ja schon GTA San Andreas vom Index runter. Also die Uncut-Version. Deswegen sollte man heutzutage eigentlich auch nur noch solche Versionen bekommen. Ich weiß nicht, wie es auf Steam mittlerweile aussieht bei der klassischen San Andreas-Version, ob man da die Cut-Version noch bekommt. Das war früher zumindest noch so. Vielleicht hat sich das ja mittlerweile da geändert, das weiß ich aber nicht. Aber ja, äh, 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 ist es da oben drauf? Ja, dann sollte ich da aber, ja, dann fahre ich da vorne rauf gleich. Platsch. Ja, dann fahre ich hier lang. Hier müsste auch ein Triathlon eigentlich langführen, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Oder war das ein GTA 5? Das weiß ich gar nicht. Aber irgendwo, ich, ich erinnere mich, dass man hier vielleicht, musste man hier nicht hochlaufen? Also das werden wir alles noch sehen. Ich will beim Triathlon übrigens auch einen kleinen Trick ausprobieren. Das werden wir dann später sehen im Laufe des Projektes. Den habe ich im Trophäenforum gelesen. Das würde ich ganz gerne mal ausprobieren. Also dieser Trick ist einfach, dass man später bekommt man ja das Jetpack. Und dann kann man wohl diese Checkpoints im Wasser mit dem Jetpack abfliegen. Und ist dann einfach viel, viel schneller. Sag mal, was ist das denn für eine Location? Wie, wie stellst du dir das vor, Mädel? Was soll ich denn jetzt machen? Soll ich jetzt hier... Ähm... Nee, wie stellt sie sich das vor? Ich meine, kann so machen. Also ich will jetzt auch nicht aufgeben. Ich will die jetzt auf jeden Fall mitnehmen. Bei mir wird jeder mitgenommen. Jeder wird hier mitgenommen. An den ungewöhnlichsten Orten... Oh, alle werden mitgenommen. Sag ein. Ey, du machst mich fertig, Mädel, ne? Die macht mich fertig. Die Frau. Das kann doch nicht wahr sein. Was ist das denn für ein Point? Und jetzt stürze ich hier ins Verderben oder was? Nee, komm, hier kann ich runter. Runtersliden. Ganz entspannt. Oh. Das sind Freudenschreie, Leute. Nicht, dass ihr das falsch versteht hier eigentlich, ne? Wollte ich auch mal erwähnen hier die ganze Zeit. Habe ich vergessen. Wenn die Leute so aufschreien, das sind eigentlich nur Freudenschreie. Weil das einfach so ein schönes Gefühl ist, in dem Moment für die Leute. So angefahren zu werden. Und vor allem auch ausgewählt zu werden für dieses Projekt. Weil die sind ja auf jeden Fall essentiell wichtig. Das ist ja keine... Die 4000 Kill-Trophäe sind und nicht eine Trophäe, die man alleine holt. Sondern in Kooperation mit all den ganzen NPC-Charakteren in diesem Spiel. Das ist ein Gemeinschaftstrophäe, kann man sagen. Ein Gemeinschaftsprojekt fast schon. Hand in Hand arbeitet man da halt zusammen, um am Ende eben das große Ziel zu erreichen. So, das ist wieder ein Stern. 27 Fahrten, 37 Minuten. Ist soweit in Ordnung. Ich weiß auch nicht, ob es irgendwie vielleicht eine bessere Location gegeben hätte für diese Taxifahrten. Vielleicht hätte man die in Las Venturas machen sollen. Oder in San Fierro oder so. Aber ich finde Los Santos eigentlich immer ganz cool für die Taxifahrten. Weil das ist alles sehr eben hier und... In den meisten Fällen halt eben und leicht zu erreichen. Die Straßen sind relativ breit in den meisten Fällen. Also von daher... Da geht ein. Tue ich doch. Ich drive so gut ich kann. Ey. Television. Stage 25. Ah, das ist das Filmstudio. Oder nicht? Könnte sein. Stern weg. Das heißt, wir können wieder randalieren. Und wieder ein Stern. Ja, dann muss aber ein Cop in der Nähe gewesen sein. Sonst du kriegst dich einfach so einen random Stern, wenn keiner in der Nähe ist. Was auch jetzt anders sein wird im Vergleich zu Definitive Edition ist wahrscheinlich, dass die Gegner wieder deutlich schlechter aimen werden. Das hat mir teilweise echt Missionen versaut in der Definitive Edition. Weil die einfach so eine unfassbare Präzision an den Tag gelegt haben. Das sollte hier normalerweise nicht so sein. Also hier sollte es normalerweise nicht so eskalieren. Deswegen ist es auch okay, wenn man nicht am Anfang schon die... Die, äh, Krankenwagenmissionen macht. Wenn man die erst... Also ist es in Ordnung? Da ist es in Ordnung, wenn man die erst später macht. Weil man einfach mit dem Leben, was man aktuell hat, auch... Auch auch so erstmal klarkommt. Bei der Definitive Edition war das schon sehr, sehr nützlich, das so früh wie möglich zu machen. Das hat auf jeden Fall weitergeholfen. Ah, da würde ich direkt einen Stern kriegen. Da auch wieder... Ey, was für uns wollen die ganzen Cops jetzt hier? Ah, Mist. Ah, ist nochmal Glück gehabt. Freundchen. Du, aber nicht. Und es gibt sogar noch den Bonus. Wie einfach ist dieser Bonus bitte hier zu erreichen? War das schon immer so einfach? So, und jetzt gibt es gleich wieder einen Bonus. Bonuszahlung. Over here. Wohin? Country Club. Der Country Club. Ja, dann fahren wir links. Ich muss auf jeden Fall gleich nochmal ins Paint Spray. Aber wenn ich das so angucke... Ja. Nicht, dass ich gleich nicht mehr weiterfahren kann. Das ist gerade meine Sorge, weil das Auto immer mehr Damage nimmt. Und je beschädigter es ist, desto langsamer ist man ja auch. Soll ich mal einen kleinen Schlenker ans Paint Spray machen? Ach komm, wir sind sowieso jetzt hier. Gönnen wir uns mal eben das Paint Spray nochmal wieder. Tut ja nicht allzu sehr weh, das jetzt zu machen. Die Zeit stackt sich sowieso die ganze Zeit. Und wir kriegen sogar noch einen neuen Motor. Jedes Mal. Das muss man auch nochmal sagen. Deswegen ist das auch so teuer. Wobei 100 Euro für eine... Oder Dollar für eine... Für eine neue Lackierung. Im Real Life wäre das wahrscheinlich... Sogar ziemlich günstig. Ich... Ich kenn mich da halt nicht aus, aber... Es ist... Kommt mir nicht... Er scheint mir nicht so teuer. Also ich hoffe natürlich... Also das wäre jetzt natürlich das... Also ich hoffe, dass auch Überfahren auch zählt. Aber warum sollte es nicht zählen? Es ist halt nur eine andere Variante. Ich glaub, das muss nicht alles mit der Waffe passieren, oder? Sonst hab ich das jetzt halt alles umsonst gemacht. Aber dann ist es halt so. Ich wusste das halt jetzt nicht. Ich hab mich zwar hier und da informiert, aber ich wollte auch nicht... Ja... Ich wollte das Spiel auch nicht studieren, bevor ich damit anfange. Das ist... Man muss ja irgendwann auch einfach mal anfangen zu spielen. Und vieles ergibt sich ja dann auch einfach während des Spielens. Deswegen... Ich hab mich ein bisschen vorbereitet bei einigen Dingen. Aber nicht überall. Und solche Dinge muss ich dann halt mit euch zusammen einfach mal herausfinden. So, Bonus-Zahlung... 3000 Dollar. Let's go. Das muss eigentlich mit reinzählen. Wir können ja am Ende mal in die Statistik mal gucken, wie viel ich jetzt schon gekillt habe. Aber... Ja, weiß ich nicht. Vielleicht ist es doch... Vielleicht ist das doch... Zählt das doch nicht dazu. Vielleicht muss man die Leute wirklich abknallen. Aber warum? Warum sollte die Trophäe darauf beschränkt sein? Also wieso sollte das Spiel da jetzt so differenzieren? Du kannst da auch im normalen Gefecht auch die Leute überfahren, die Gegner. Und wenn es heißt, erledige den und den Feind, dann kannst du den ja auch überfahren. Also oft auch einfach überfahren. Und dann zählt das ja auch als Missionserfolg. Weil demnach wäre das ja dann keine Tötung. Und die Mission wäre dann auch nicht geschafft. Aber es ist sie jedoch dann. Und deswegen würde es eigentlich bedeuten, dass das auch zählt. Also wenn ihr das jetzt ganz genau wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich werde mich da auch nach dieser Folge nochmal informieren. Aber... Falls ihr das wisst, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Also es würde mich doch jetzt stark wundern, wenn das nicht zählen würde. Aber vielleicht hilft ja gleich der Blick in die... In die Statistik einfach auch, um hier das Ganze... Das Ganze zu klären. Da muss ja eigentlich eine Statistik sein. Also ich hoffe, da ist eine Statistik. Und da steht dann irgendwie sowas wie... Geerledigte Personen oder Leute oder irgendwie sowas. Aber solange das... Solange, dass ich das nicht weiß, ich mach's einfach weiter. Aber es ist ja auch kein so krasser Zeitverlust. Ein paar Mal Paint Spray fahren deswegen, ja gut. Aber ansonsten... Voll in Ordnung, eigentlich. Also ich fahr jetzt nicht unfassbare Umwege deswegen. Hier sowas. Das ist ja während der Fahrt hier quasi. Und immer noch kein Stern. Ich hoffe nur, dass die Version auch ein bisschen... Zuverlässiger ist als die Definitive Edition. Weil die ist mir ja doch das eine oder andere Mal abgestürzt. San Andreas glaube ich einmal. GTA 3 auch einmal. Und dieses eine Mal war halt auch in... In dem einen Stream, wo ich ganz viele Autos zerstören wollte. Äh, das war halt so ein bisschen... Ärgerlich. Aber das kann leider passieren. Aber vielleicht ist das hier einfach ein bisschen besser. Weil ich hab... Weiß nicht, ob mir jemals ein PS3-Spiel abgestürzt ist. Ja doch, doch, doch. GTA Online, ja. Auf der PS3. Doch, da schon. Aber das war ja auch ein Online-Spiel. Das ist ja nochmal was anderes als so ein Offline-Game. Was halt auch keine Internetverbindung benötigt. Ich hab mir übrigens jetzt auch Playstation Plus geholt. Nach... Gefühlt nach einem Jahrzehnt mal wieder. Jetzt an dem Black Friday war das halt im Angebot dieses... Ich weiß gar nicht, ob ich das... Das ist wahrscheinlich jetzt aus dem Fenster geschmissenes Geld. Dieses Playstation Plus Premium. Für mich vor allem, weil ich nicht so viele Sachen zocke auch. Das, äh, ja. Das ist wahrscheinlich ein bisschen Geldverschwendung gewesen. Ich hab's mir jetzt an dem Black Friday... Mit dem Black Friday-Angebot geholt. Für 107 Euro das Jahresabo jetzt. Ich mein, gut, das sind 8 Euro irgendwas jetzt auf die Monate gerechnet. Ich werd's verschmerzen können. Weiß nicht. Vielleicht gibt's da doch das ein oder andere Spiel, was ich... Damit zocken kann. Mit Premium. Ein Spiel, was ich mir dadurch nicht kaufen muss. Und wenn das ein Spiel ist, was mindestens 8 Euro irgendwas wert ist. Also 9 Euro, sagen wir mal 10 Euro wert ist. Dann rentiert sich das ja auf jeden Fall schon mal. Aber keine Ahnung. Ich hab's mir jetzt einfach mal geholt. Damit ich mir darüber auch keine Gedanken mehr machen muss. Was ist Premium? Also was ist Playstation Plus? Was nicht? Und... Ja, ich hab's einfach mal gemacht jetzt. Hab ich mir einfach mal gegönnt. Ob das jetzt sich auszahlen wird? Ich weiß es noch nicht. Also... Ich werd's sehen. Ob ich da irgendwas von haben werde. Aber ich dachte mir jetzt, wenn nicht... Wenn nicht jetzt, wann dann? Also sonst hätt ich mir Premium wieder für 150 Euro holen müssen oder so. Oder keine Ahnung, wie viel das normal kostet. Von daher, das war jetzt einfach für mich die beste Gelegenheit, das mal zu machen. Hier ist ein Tipp. Hi. Taxi! Ich bin das Taxi. Nee, ich bin die Person, die im Taxi sitzt. Nee, ich bin die Person, die die Person steuert, die im Taxi sitzt. Und das Taxi ist das Taxi, was gefahren wird von der Person, die von mir gesteuert wird. Die im Auto sitzt. So. Wird ein Schuh draus. Ey, wie schnell fährt er da bitte, der eine da? Holy! Das habt ihr gerade gesehen. Wie schnell war der bitte? Ich muss ganz ehrlich sagen, die Grafik ist nicht so schlecht. Also für ein PS3-Spiel ist das... Also für die... Ich dachte, das wäre jetzt so ein... Also ich hab mir auch schon Bewertungen dazu durchgelesen. Und einige waren unzufrieden mit dem Spiel. Wie gesagt, zu dunkel war das einigen und irgendwie technisch auch nicht so gut und so. Ich mein, gut, dass... Dass, äh, die BMX-Challenge, die war jetzt echt kacke zu steuern. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich an dem Spiel lag oder einfach an meinem Unvermögen. Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich ein Mix aus beidem. Aber... Ja, das muss ich auf jeden Fall irgendwann nochmal schaffen. Diese Challenge, das ist, äh, ja. Da werde ich dann wahrscheinlich mich nächstes Wochenende nochmal ransetzen. Ist nur blöd, dass ich jetzt in der ganzen Zeit hier die... Wieder in den Schnapssaal. Ist nur schade, dass ich jetzt die ganze Zeit hier nicht die... Dass ich jetzt die ganze Zeit hier nicht die... Den Bikeskill trainieren kann, leider. Während ich hier im Auto sitze. Das ist wirklich sehr, sehr ärgerlich. Ansonsten werde ich aber erst mal am Anfang der Story mit dem Fahrrad fahren, bis wir dann eben einen angemessenen Skill haben. Du wirst langsam hungrig und fängst an, Energie zu verlieren. Ey, 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 jetzt geht's los, Leute. Und der Lebensbalken ist nicht allzu groß, aber das wird er auf jeden Fall aushalten für die letzten 13 Fahrraden. Das ist nicht so das Problem. Ist das nicht hier bei Denise Haus? Ne, ein bisschen weiter. Okay, hier vorne wohnt sie ja. 13 Dollar. Wow, das ist ja richtig spendabel von dir. Wahnsinn. Danke, danke, danke. Womit habe ich das nur verdient? Waxi. Ja, ist das schlimm, wenn ich deine Schwestern überfahre? Deine eineigen Zwillingsschwestern oder Drillingsschwestern? Oh, Sun News. Der Sun News Laster. Wenn ich Sun News lese, dann denke ich immer an diese eine Mission. Das ist natürlich in Liberty City, aber an diese GTA Chinatown Wars Mission mit dieser einen da, die... die immer alles gefilmt hat und so. Diese eine, diese eine Frau da, die es nur exklusiv in der PSP-Version gab, die zwei Missionen hatte. An die erinnert mich das ein bisschen. He, 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 he. Ja, den Drugdealer nehme ich noch mit. Boom. Ist eigentlich ein Jammer, dass ich das Geld nicht einsammle, ne? Was da alles jetzt liegt. Aber ich will halt, wie gesagt, die Fahrten nicht unterbrechen. Ein Hamburger? Soll ich mir einen Hamburger herzaubern? Denkst du, ich habe sowas in der Hosentasche? Also je nachdem, was du unter Hamburger verstehst, also... Eine Bratwurst könnte es CJ dir geben. Du kannst dir sogar aussuchen, ob vorne oder hinten. Wenn hinten ist, dauert es ein bisschen länger. Und gerade, wenn er hungrig ist, wird da wahrscheinlich erstmal nichts passieren. Äh, Fett. Aber davon träumen doch alle Leute auch so ein bisschen, oder? Von so einem geringen Fettkörperanteil, äh, Fett, Fettanteil im Körper. Ist das nicht das, ist das nicht irgendwie, äh, so ein, so ein, so ein Ideal? Stop right now! Oh yeah. Wohin willst du? Stadium. Oh, das ist ja gleich um die Ecke. Das ist ja ein Geschenk. Das ist ja ein Geschenk des Himmels fast schon. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt... Ha, vielleicht. Also es bleibt spannend auf jeden Fall. Wird die Stunde Mark überschritten oder nicht? Und... Hat sich das ausgezahlt, dass ich die ganzen Leute überfahren habe? Oder sind sie alle sinnlos gestorben? Und es hat gar nichts gebracht. Hm. Weiß es nicht. Lebt er noch? Er lebt noch. Okay, alles klar. Dachte schon, ich hab ihn gekillt. Aber wie geil ist das bitte, Leute, dass wir keine Graffiti übersprühen müssen? Keine Hufeisen sammeln müssen? Keine Austern sammeln müssen? Wir müssen einfach nur Import-Export einmal durchballern. Das mach ich, glaube ich, dann auch in einer Extrafolge, die dann auch so lang wird, wie sie eben lang wird. Und dann, ähm, ja. Boah. Oder ich mach das... Oder ich mach pro Folge eine Liste oder so. Ach, das könnte man natürlich auch machen. Weil ich... Ich hab ja schon einen Guide gemacht. Ich hab in der Definitive Edition einen Guide gemacht über die Fahrzeuge. Ich hab in der normalen Version damals auf dem PC einen Guide gemacht. Ich brauch jetzt nicht noch einen Guide zu machen. Also ich kann hier... Eigentlich könnte ich die auf Freestyle sammeln. Immer mal wieder. Immer so ein bisschen nebenbei, so ein bisschen. Vielleicht immer mal eine... Immer mal wieder eine Liste machen. Dann aufhören. Dann was anderes machen. Wieder eine Liste machen. Später in der nächsten Folge oder so. Ha. Das ist eigentlich eine gute Idee, würde ich sagen. Was soll ich mir da so einen Stress machen? Nur das Problem ist, wenn das... Ne, dann werden die Muskeln erst abgebaut. Ne, ich hab ja gut Muskeln aufgebaut ein bisschen. Hier. Die werden dann auch irgendwann abgebaut. Und dann verliert man erst Leben, glaube ich. 90 Dollar. 90 Dollar. Nice. Oh, da ist ein Cop drin. Zwei sogar. Da werde ich immer nicht eskalieren jetzt gerade. 10 Green Bottles. 10 Green Bottles. Da müssen wir auf jeden Fall auch nochmal hin, weil da gibt es ja eine Trophäe. Da müssen wir beim Billiard gewinnen oder beim Pool. Und da bin ich sehr schlecht drin in dem Game. Aber es ist auch eine coole Trophäe, weil es einfach ein Feature, ein Minispiel im Spiel nutzt, was eigentlich immer wenig Beachtung geschenkt bekommen hat, finde ich. So, dieses Billiard-Spiel, ne, ist... Ich meine, einige Leute wissen vielleicht nicht mal, dass es dieses Spiel überhaupt gibt in diesem Spiel. Deswegen finde ich das cool, wenn mit solchen Trophäen auch mal solche Nebensächlichkeiten ein bisschen präsentiert werden. Und Leute vielleicht auch mal spielen, weil sie eben die Trophäe holen wollen. Und dann lernen sie halt diesen Aspekt des Spiels halt auch mal kennen. Finde ich eigentlich gar nicht so blöd. Aber das hätte man auch mit den Videospielen so ein bisschen machen können hier in San Andreas. Hätte man auch Trophäen draus machen können. Hier, äh, keine Ahnung. Erreiche folgenden Highscore in dem und dem Videospiel, hätte man machen können. Oder einfach nur spiele ein Videospiel als Trophäe. Einfach nur an den Automaten gehen und an das Spiel anfangen und das ist die Trophäe. Einfach, um das ein bisschen zu zeigen. Du bist der Mann. Du bist der Mann. Oh, du, achso, du bist meine Fahrgästin. Nice. Jupp, ich werde mein Bestes geben. Und ich hab Hunger gerade. Und hab ich noch, hab ich, hab ich Vibration an? Ich hab aber jetzt keine Option gesehen, wie man die hätte ausschalten können. Ich glaube, damit muss ich jetzt wirklich das Ganze, die ganze Zeit leben. Das finde ich immer, ich bin kein Freund von Vibration, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde das auch nicht immersiv oder sowas. Das ist wahrscheinlich ein Argument von den meisten Leuten. Aber wenn ich einen Controller in der Hand habe, dann brauche ich kein immersives Steuerungsgefühl. Weil dann habe ich einen Controller in der Hand und dann weiß ich, ich habe einen Controller in der Hand. Und dann mache ich mir auch keine Illusionen so von wegen, ich steuere jetzt hier, also ich bin jetzt gerade der Charakter, sondern ich weiß, ich habe den Controller in der Hand, der den Charakter steuert. So, dann brauche ich das nicht. Aber jeder kann das natürlich machen, wie er möchte. Nur ich bin da halt kein Megafreund von der Vibration. Vor allem, wenn man den Controller dann irgendwo ablegt und dann irgendwas im Spiel passiert, was zur Vibration führt und dann der ganze Tisch einfach davon wackelt oder der Controller von sich aus runterfällt. Das ist euch bestimmt auch schon mal passiert, oder? Ihr habt den Controller irgendwo hingelegt und dann kam irgendeine Stelle im Spiel, wo es vibriert hat und dann ist er selbstständig einfach vom Tisch gefallen, durch die Vibration. Das ist auch, das nervt mich sowas. Ey, diese Inline-Skater-Dudes, die sind so gut am Ausweichen. Das ist so nervig. Bye-bye. So, jetzt haben wir gleich die Stunde. Ja, das wird bei weitem nicht reichen. Ne, jetzt reicht nicht. Schade eigentlich, aber so weit drüber sein werden wir nicht. 124 Dollar. Alter Schwede, das ist so viel Geld für den Anfang. Ja, Burger-Shot. Burger-Shot. Ich merke gerade auch, ah, das ist ja gerade schon in den Armen schon wieder so anstrengend, die ganze Zeit den Controller so zu halten. Es wird auf jeden Fall Zeit, das jetzt hier zu beenden. Ich hatte auch erst überlegt, ob es Sinn macht, überhaupt jetzt neue Let's Plays anzufangen, solange es mir nicht hundertprozentig gut geht. Aber irgendwie wollte ich dann doch noch ein bisschen weitermachen. Ich kriege das schon irgendwie gehandelt. Das ist, das ist alles in Ordnung. Nur halt, es wird halt bis dahin keine Streams geben, weil das ist wirklich, äh, ja. Nicht so cool im Moment. Aber es wird auf jeden Fall nächstes Jahr Streams geben. Wenn es mir dann wieder besser geht, dann werden auch Streams kommen. Ich habe ja gesehen durch meinen Test-Stream von vor ein paar Wochen, dass das einfach wunderbar funktioniert mit dem Streaming. Und das öffnet mir völlig neue Möglichkeiten. Und dann werde ich anfangen mit dem GTA 4 Platin' Run. Und nach dem Platin' Run wird es dann auch schon mit der GTA-Trilogie wahrscheinlich weitergehen. Dass ich die einmal alle platiniere. Dann muss ich mir nur überlegen, ob ich mit GTA 3 oder mit Vice City anfange. Ich habe ja damals die PS4-Trilogie mit der, mit Vice City angefangen. Vielleicht fange ich da wieder mit Vice City an. damit sich der Kreis so ein bisschen schließt. Oder ich mache GTA 3 zuerst. Das muss ich mir dann nochmal überlegen. Aber das ist jetzt alles noch Zukunftsmusik. Das ist alles. Das verschieben wir mal lieber auf nächstes Jahr erstmal. Bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip Jetzt kommt 47, nee, jetzt kommt 46, 47, 48, nee, doch 5 jetzt, ne? Jetzt sind es noch 5. Weil die 50. halt auch mitzählt. Deswegen sind 46 noch 5 dann. Ey, Leute, entspannt euch. Ich habe die jetzt alle am Stück geschafft. Ich würde auch gerne die 50. Fahrt mit dem Bonus schaffen. Mit dem Serienbonus. Also, Leute, entspannt euch. Macht mir das jetzt nicht kaputt. Ich werde wahrscheinlich nur ein einziges Mal, dieses eine einzige Mal in meinem Leben diese PS3-Version von GTA San Andreas spielen. Und dann wahrscheinlich nie wieder. Also macht mir dieses Erlebnis hier bitte nicht kaputt. Ich denke mal wirklich. Also, es ist kein Witz. Also, warum sollte ich diese Version irgendwann nochmal spielen? Also, selbst wenn ich nochmal Bock habe, San Andreas zu spielen, ich meine, dann habe ich hier schon die Platin-Trophäe. Und dann würde ich in jedem Fall die PC-Version dieser hier vorziehen. Also, dann gibt es für mich keinen Grund, diese Version hier noch zu spielen. Weil die PC-Version ist in allen Belangen überlegen. Bessere Grafik. Bessere FPS. Du kannst Mods installieren, die das Spiel noch besser machen. Es ist in allen Belangen einfach besser. Play Hard. Steht da rechts oben auf der Werbetafel. Play Hard. Steht da? Ne, einfach nur Play Hard. Und noch irgendwas da unter, aber das konnte ich jetzt nicht lesen. Bup. Bäm, 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 bäm. Ja, mir fällt jetzt langsam noch nicht mal ein, was ich noch sagen soll. ich meine ich hätte ja auch einfach die die Taxifahrten so machen können wie damals mit überspringen und so aber ich wollte das halt ich will hier eigentlich alles drin lassen nichts beschleunigen nichts krass rausschneiden das habe ich ja dann auch bei der Feuerwehrmission dann auch gemacht als ich dann R3 gedrückt habe da habe ich im ersten Moment ja auch gedacht ey jetzt überspringe ich das nochmal alles aber dann dachte ich mir ich will ja auch dass ihr die ganzen Kills auch seht und so wie ich die ganzen Kills mache und so was ist das hier gerade ich will ja auch dass ihr die ganzen Kills seht die ich mache und so damit das auch einfach damit man ein Gefühl dafür kriegt wie lange das wirklich alles dauert und deswegen habe ich mich da einfach jetzt dagegen entschieden da irgendwas rauszuschneiden und das schließt natürlich sowas hier auch mit ein weil das Projekt wird sowieso nicht so mega lang sein dadurch dass es eben dass wir die 100% nicht holen müssen deswegen ja kann man sowas ruhig alles drin lassen das ist absolut das ist kein Problem All Saints Krankenhaus da kann man natürlich auch die Krankenwagenmission super machen ich glaube da habe ich sie auch in der Definitive Edition gemacht und das war wirklich einfach muss ich sagen also hätte ich viel schwieriger erwartet es hat sich teilweise ein bisschen wie Angel Pine angefühlt nur eben dass die Strecken ein bisschen weiter waren aber zeitlich gesehen hatte ich zu keinem Zeitpunkt Probleme es war auch zu keinem Zeitpunkt irgendwie knapp oder so glaube ich jedenfalls ich glaube ich hatte nicht einmal irgendwie Probleme mit dem Fahrzeug oder sowas oder Zeitprobleme oder ich habe auch nicht irgendwie einen Patienten fast überfahren oder sowas das lief einfach fast schon zu gut aber ich bin mittlerweile auch eigentlich ganz gut sensibilisiert für diese ganzen Dinge so dass ich vorsichtig fahre nicht so viel crashe und so wenn ich ich kann mich da eigentlich immer ganz gut konzentrieren auch über einen längeren Zeitraum und deswegen passiert bei sowas eigentlich nichts ja das ist das Krankenhaus das habe ich in der Definitive Edition genutzt um hier die um hier die Sanitätermission beziehungsweise Krankenwagenmission zu machen und ja das wollte ich auch einfach mal gemacht haben weil es einfach mal was anderes war aber hier werde ich keine Experimente in den R3 Missionen machen hier wird es keine geben aber ey Leute wir sind nur wir sind nur vier Minuten drüber wenn wir da sind vier Minuten nur mega entspannt und ich habe wirklich schon ein bisschen Leben verloren man sieht es aber es ist so wenig das spielt gar nicht gar nicht gar nicht gar keine Rolle Boom Headshot hä okay war das gerade das war so ein richtiger dü 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 Moment und ich dachte den bekommen wir erst in Area 69 nee 51 51 ist es ja nee 69 51 ist es reale 69 ist es GTA jetzt war ich gerade komplett jetzt habe ich das gerade ein bisschen verwechselt 69 ist doch hier gerade ist doch gerade der Witz hier dran ja Leute aber ich würde sagen das war es oder oder muss ich die 50. Fahrt auch noch fahren äh nö alle Taxis haben jetzt Nitro Boost das ist es ja ich sprecke ein Deutsch so 29.000 808 wie zündet man denn den Boost äh was wollt ihr hier Cops hä wollt ihr Stress oder was ja das ist eigentlich die perfekte Gelegenheit ne ich muss es einfach tun ich habe gerade noch keine Waffen ist gerade einfach ey warte warte ey 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 ich bin doch ich wollte mich gerade verhaften lassen und da ist mir einer zuvor gekommen das glaubt ja auch kein Mensch ne na gut dann ist es so Kamera ist oh die ist glaube ich die beste Kamera so dann würde ich sagen ja gehen wir kurz speichern denn das ist wichtig dass ich mir das einmal abspeichere hier das ganze bitte nicht abstürzen das wäre sehr sehr ungünstig nach den Taxifahrten das ist so neuer Spielstand die Map sieht auch cool aus ne in diesem Menü so handgezeichnet irgendwie das sieht irgendwie echt geil aus speichere okay so wir wollen noch einmal in die Statistik gucken die müsste eigentlich auch richtig abgespeckt sein in dieser Version oder achso hier muss ich ja verbrechen von dir abservierte Person das ist die Statistik die wir im Auge behalten sollten ich habe jetzt schon 146 Leute gekillt insgesamt das ist die Statistik um die geht es 146 Leute das heißt das zählt auch weil sonst hätte ich ja nicht so viele Leute ich habe die meisten Leute nur überfahren deswegen zählt das rein okay da muss am Ende ne 4000 stehen denke ich jetzt mal das wird ja wahrscheinlich das wird die Statistik sein denke ich mal 4000 aber jetzt schon 146 ist schon mal okay und wir haben noch nicht mal richtig mit der Story begonnen sonstiges erreicht der Fortschritt 2,14% das ist natürlich noch nicht so viel aber das wird auf jeden Fall noch mehr im Laufe des Projektes dann würde ich sagen synchronisiere ich eben noch mal die Trophäen und dann werde ich mich gleich mal darum kümmern dass die neue Crash Bandicoot 1 Folge online kommt und ja auf jeden Fall cool dass jetzt San Andreas läuft es ist echt geil also finde ich gut dass ich jetzt auch in der aktuellen meiner aktuellen Verfassung noch dazu in der Lage bin das aufzunehmen weil normalerweise nehme ich nicht so gerne auf wenn ich mich nicht wenn ich mich nicht hundertprozentig gut fühle aber jetzt hatte ich einfach das Bedürfnis das zu machen weil die Version lag ja schon so lange und ich habe so Bock darauf diese diese Platin zu holen weil es einfach andere Aufgaben sind das ist so geil so wir hatten jetzt diese Trophäe hier bekommen äh ja ja ich ich spreche ein Deutsch eine schöne Silbertrophäe und kann man sich die kann man sich die nicht irgendwie anzeigen lassen geht das nicht irgendwie irgendwo kann man das glaube ich einschalten aber keine Ahnung auf jeden Fall hier muss ich mir immer ein bisschen dran arbeiten an den Verhaftungen hier müssen wir einfach nur viel Geld ausgeben das ist ja nicht wirklich das Problem ja die BMX Herausforderung das ist so ein bisschen diese BMX Challenge die ja die muss ich halt irgendwie schaffen mit der Steuerung ich hoffe das gelingt mir dann irgendwann zur Not dann mit dem maximalen Rad Skill dann muss ich mir auch kein Auto in die Mitte stellen um da drauf rum zu hopsen das ist dann auch weg fällt dann auch weg naja gut ich hoffe die Folge hat euch gefallen und wenn das der Fall sein sollte würde es mich wie immer freuen wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet und bis dahin sage ich mal Ciao bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Welcome to San Andreas I'm CJ from Grove Street Land of the heinous Gangbangers in cold heat In Los Santos neighbors get no sleep Beefing with anybody Competing even police Fold deep in a green rag with gold feet Blast with the flag on strapped That's OG Stay in shape Hit the gym Lift the weights Get supercutter Big and buff Nice and straight Bis zum nächsten Mal.